Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Diese Woche beginnt in allen Bundesländern wieder ein bisschen mehr normales Leben, ein bisschen mehr zurückgewonnene Freiheit. Und dennoch steigt die Zahl derer, denen das nicht reicht. Bei den Corona-Protesten versammeln sich verärgerte Eltern, Esoteriker, Impfgegner, Hooligans mit Radikalen aus der linken und rechten Szene. Menschen, die wenig miteinander gemein haben, jetzt aber eines vereint. Sie verachten die staatlichen Regeln zur Bekämpfung des Virus. Dagegen zu protestieren, ihr gutes Recht. Und doch könnte sich da ein gefährliches Gemisch zusammenbrauen. Denn Verfassungsschützer, Regierende und Verantwortliche der Polizei, sie alle fürchten, dass vor allem die Extremen von rechts außen diese Wut der Straße kanalisieren und zu ihren eigenen Zwecken nutzen könnten. Die größten Demos waren gerade am Wochenende, aber in Sachsen wird auch heute Abend demonstriert. Und dort war Kati Obermann. Montag, 17 Uhr in Leipzig. Klassische Demozeit schon seit der Wende. Auch heute sind trotz strömendem Regen wieder viele da. Diesmal, um gegen die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung zu protestieren. Aus verschiedensten Gründen. Ich möchte nicht geimpft werden. Wirklich nicht. Ich möchte mich nicht irgendetwas in meine Adern reinspritzen lassen, von wo ich kein Vertrauen habe dazu. Aufgrund der kurzen Entwicklungszeit und allen anderen Dingen, die da so... Wer geht's? Das ist ein Thema. Corona ist ein Riesenquatsch. Das ist wirklich ein Quatsch. Wenn Sie das noch nicht begriffen haben, ich weiß es dann auch nicht. Corona ist ein Quatsch. Eine Theorie. Eine Verarschung. Vielleicht nicht das Robert-Koch-Institut und vielleicht nicht ein Trosten und vielleicht nicht eine Frau Merkel irgendwo hinterherrennen. Wie derjenige, der mit der Flöte irgendwo vorne wegrennt. Sondern einfach mal anfangen zu recherchieren. Und dieses gelenkte Denken mal wegtun und anfangen selber zu denken. Glauben Sie, dass es das Coronavirus gibt? Ja oder nein? Dass es dieses Virus gibt, steht außer Frage. Und dass da Leute geschützt werden müssen, steht außer Frage. Aber das, was hier gemacht wird, ist komplett überzogen. Seit Wochen gehen Menschen auf die Straße. Widerstand formiert sich. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Und zwar im ganzen Land. Vergangenen Samstag auf dem Münchner Marienplatz. Zwei bis dreitausend Demonstranten machen ihrem Ärger Luft. Unter ihnen wieder viele Impfgegner, die gegen einen befürchteten Corona-Impfzwang mobilisieren. In dem Moment, wo ich mich impfen lassen muss, um Grundrechte wahrnehmen zu dürfen, ist dieses Grundrecht nicht mehr gegeben. Noch ist es ein diffuses Meinungsbild, das da gerade auf Deutschlands Straßen entsteht. Eines, das in Ost und West unterschiedliche Gruppen versammelt. Zu den Impfgegnern gesellen sich Bill Gates-Hasser. Groß ist die Angst vor der Macht weniger Weltkonzerne. Rechtsextreme Gruppen schüren eher antisemitische Verschwörungstheorien. All das weckt bei Gegendemonstranten in Leipzig üble Erinnerungen an die Anfänge von Pegida. Und genau die gleichen Aussagen, nicht rechts, nicht links und so weiter, schwirrten da herum. Und was ist daraus entstanden? Bei uns in Leipzig Legida, woanders Pegida oder andere Gruppierungen, die uns bis heute begleiten. Die Befürchtung, bald könne noch eine Bewegung dazukommen. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti erforscht das Phänomen der Weltverschwörer. Sie spricht allerdings nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungserzählungen, weil sie sagt, dass es für diese gar keine theoretische Grundlage gäbe. Welche Gefahr geht von Ihnen aus? Darüber habe ich mit Pia Lamberti vor der Sendung gesprochen. Hallo, guten Abend, Frau Lamberti. Guten Abend. Es sind ja die verschiedensten Gruppen, die jetzt auf die Straße gehen, auch heute Abend wieder. Warum erfahren diese Gruppen gerade jetzt einen so großen Zulauf? Prinzipiell ist es so, aus einer psychologischen Perspektive, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, wenn sie sich machtlos fühlen, wenn sie nicht wissen, was als nächstes passiert, dass sie dann auch eher an Verschwörungen glauben, dass sie diesen Negativen hinterherlaufen. Das sehen wir jetzt gerade auf der Straße. Das sind Dinge, die vorher im Netz passiert sind. Und ja, und dementsprechend ist das eigentlich eine fast normale Reaktion auf eine Krise, wenn auch natürlich eine Besorgniserregende. Kann man denn sagen, was das für Leute sind? Welche Menschen sind anfällig für derlei Erzählungen? In Bezug auf die Proteste finde ich das noch recht schwierig einzuschätzen. Da gibt es noch keine quantitativen Studien zu. Insgesamt ist es so, dass der Glaube an Verschwörungen in der gesamten Gesellschaft verbreitet ist. Also 20 Prozent glauben beispielsweise, dass es sich bei Impfungen um eine Verschwörung handelt oder denken, dass 9-11 ein Inside-Job war. Der Glaube an Verschwörungen zieht sich halt durch die gesamte Gesellschaft, ob reichs, ob arm. Dennoch ist es so, dass insbesondere bei Menschen, die sich politisch als rechts verorten, diese Ideologie gehäuft auftritt. Sie sagen es, nun warnen ja auch immer mehr Verfassungsschützer, dass vor allem Rechtsextreme diese Bewegung kapern wollen. Beobachten Sie das auch, dass jetzt Proteste von Rechtsextremen unterwandert werden? Rechtsextreme nutzen natürlich auch die Krise und die Stimmung, die gerade passiert und vernetzen sich und mischen sich unter die Demonstration. Insgesamt ist es so, dass der Glaube an Verschwörungen geht auch mit einer gesteigerten Affinität zur Gewalt einher. Also nicht nur im rechten Bereich, sondern insgesamt. Und eignet sich gut zur politischen Mobilisierung durch die verschiedenen Funktionen, die Verschwörungserzählungen eben haben. Dadurch, dass sie vor Kritik immunisieren, dass es klare Feindbilder gibt und dass eben im letzten Schritt auch Gewalt legitimiert werden kann. Und die, die da gerade mitlaufen und so verunsichert sind, lassen sie sich auch bereitwillig vereinnahmen? Ja, das ist eine schwierige Frage, was da gerade bei den Menschen in den Köpfen passiert. Ich vermute, dass die aktuelle Situation ist für viele Menschen einfach auch, bedeutet Stress, bedeutet Ängste, Unsicherheiten. Der Unmut auf die Regierung wird dann eben in diesen Feindbildern entladen. Und da kann es natürlich noch dazukommen, wenn gerade Prominente diese Thesen verbreiten, dass das Vertrauen in diese Prominenten groß ist und dass dann nochmal diesen Thesen mehr geglaubt wird. Und glauben Sie, könnte das ein ernsthaftes Problem werden, nicht nur für die Politik, sondern für die gesamte Gesellschaft? Für wie gefährlich halten Sie das? Denn Verschwörer werden ja gemeinhin oft eher belächelt. Jedenfalls war das in der Vergangenheit so. Ja, das hat sich zum Glück oder traurigerweise ein bisschen gewandelt. Das Thema wird jetzt ernster genommen. Insbesondere auch nach den Anschlägen in Halle, Hanau ist natürlich menschenbewusster geworden, dass eben der Glaube an Verschwörungen auch in Extremfällen gefährlich werden kann. Und man sieht es schon lange. Also Antisemitismus ist ein Bestandteil von Verschwörungserzählungen. Insofern Menschenfeindlichkeit war auch immer Teil davon. Das ist nichts Neues. Die konkrete Sicherheitslage zu bewerten, finde ich schwierig. Ich denke, das machen eher andere. Aber allgemein würde ich schon davor warnen, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen, weil sich eben zeigt, auch in unseren Studien, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, die diese starke Ideologie haben, dass die eher gewaltbereit sind, sich von der Demokratie entfernen und verschiedenste Mittel nutzen, um ihre Wahrheiten durchzusetzen. Und was raten Sie als Psychologin der Politik, wie sie dem begegnen soll? Ja, das ist natürlich schwierig, aus wissenschaftlicher Sicht da politische Ratschläge zu geben. Ich denke, das ist ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft erst mal. Also das Thema Bildung beispielsweise, aber auch die Themen Zivilcourage. Natürlich muss ich eine Politik auch fragen, wie viel Transparenz braucht es, wie viel Vertrauen in die Demokratie und welche Möglichkeiten gibt es, dieses aufzubauen. Sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Demonstranten und Ihre Fragen. Ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk. Wenn Bürger demonstrieren und auch wenn sie eine Minderheit darstellen, dann ist das ihr gutes Recht. Jetzt sagen viele, ja da mischten Verschwörungstheoretiker und Nazis mit und das sei gefährlich. Ja, natürlich ist das gefährlich. Wer gemeinsam mit Nazis demonstriert, spuckt auf unsere Demokratie und all die Errungenschaften. Und doch müssen wir uns erst die Frage stellen, warum sind einige so aufgebracht? Da spielen Existenzängste eine Rolle. Studierende, die ihre Jobs verloren haben, Berufstätige, die keine Betreuung für ihre Kinder finden. Was jetzt bei vielen noch dazu kommt, ist ein Vertrauensverlust, etwa in die Politik und dafür gibt es Gründe. Ein Beispiel. Die Ein- und Ausreiseuntersagungen etwa nach Frankreich. Mitte März mögen sie Sinn gemacht haben, weil das Elsass als Hochrisikogebiet eingestuft war. Die Verlängerung der Grenzmaßnahmen aber leuchtet nicht ein. Eine ordentliche Auseinandersetzung darüber hat es nicht gegeben und auch die Opposition hat viel zu wenig Gegenwehr geleistet. Und da hört der Spaß auf. Wenn die EU-Staaten uns Bürgern verbieten zu reisen, ist das ein massiver Eingriff in unsere Rechte. Entweder der Innenminister erklärt uns diese Maßnahmen oder erweckt unseren Zorn. Anderes Beispiel. Die Aussage der Bundesregierung, es werde im Falle von Covid-19 keine Impfpflicht eingeführt. Dazu muss man sagen, Gesundheitsminister Spahn hat bereits einen umstrittenen Passus aus einem Gesetzentwurf gestrichen. Das reicht vielen Demonstranten aber nicht. Die wollen wissen, müssen sich möglicherweise Pflegerinnen und Pfleger doch gegen Covid-19 impfen lassen, wenn es diesen Impfstoff irgendwann einmal geben sollte. Auch da gibt es noch offene Fragen, die nicht ausdiskutiert sind. Wenn die Argumente nicht alle auf dem Tisch liegen, dann kommt erst das Misstrauen und danach die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien und Nazis. Wenn die Politik das verhindern will, gilt nur die allernötigsten Maßnahmen gegen Covid-19 und die bis ins Detail ausdiskutieren. Die Meinung von Michael Stempfle. Wir haben die Sendung mit Verschwörungstheorien begonnen und beenden sie gewissermaßen mit einem Gegengift. Die Philosophin Hannah Arendt verachtete fest betonierte Meinungen. Die Fähigkeit, eigene Ansichten zu hinterfragen, gehörte genauso zu ihr wie die Zigarette. Das Inhalieren und Ausrauchen brauche sie zum Fassen der Gedanken. Geboren 1906 als Kind jüdischer Eltern in Hannover, erkannte Hannah Arendt schon früh die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausging. Sie emigrierte 1933 erst nach Frankreich, dann in die USA und wurde zu einer der großen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Provokant, mitunter sehr anstrengend, aber auch so anregend, dass sie bis heute sogar ganz junge Menschen bewegt. So berichtet es Robert Holm von der neuen Hannah Arendt Ausstellung im Deutschen Museum, Deutschen Historischen Museum, so ist es richtig in Berlin. Gestorben ist sie schon vor 45 Jahren, doch noch immer ist sie gegenwärtig. Junge Menschen posten Fotos ihrer liebsten Hannah Arendt Bücher auf Instagram, sind fasziniert von ihrem kritischen Denken. Auch er hat Hannah Arendt schon gelesen, da war er noch Student in Bielefeld. Für mich persönlich jemand, wo ich mich immer dran reibe. Es gibt fast kein Buch oder Text von ihr, wo ich einfach sagen würde, ja. Ich habe mich mit Leuten auseinandergesetzt. Ich bin nicht sehr freundlich, ich bin auch nicht sehr höflich. Ich sage meine Meinung. Ihre provokanten Urteile, ihre Streitlust. Darum geht es seit heute im Deutschen Historischen Museum Berlin. Ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hans Wurst ist. Der Eichmann ein Hans Wurst. Der Mann, der im Reichssicherheitshauptamt die Deportation und die Ermordung der Juden plante. 1961 verfolgt Arendt den Prozess gegen Eichmann in Jerusalem vor Ort. Doch sie erkennt in ihm nicht das dämonische Monster, eher eine kleingeistige Witzfigur. Ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Sie schreibt ein Buch über den Eichmann-Prozess. Titel, die Banalität des Bösen und löst damit einen heftigen Streit aus. Nur eine ihrer vielen Auseinandersetzungen, die die Ausstellung zeigt. Und ich glaube, das ist es, warum dann auch so lebendig über Arendt diskutiert wird und bis in Gegenwart diskutiert werden kann, weil man dann irgendwie auf diese Urteile reagieren möchte. Ebenfalls zu sehen, Arendts Original-Einreisepapiere in die USA, als staatenlose Immigranten, geflohen vor den Nazis. Fluchterfahrungen, die heute noch aktuell sind. Wir wurden unmittelbar staatenlos. Das heißt, wir waren durch kein Konsulat, durch keine internationalen Verträge und durch nichts geschützt. Anders sein, nicht dazugehören, Flucht und wieder ankommen. Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum führt nicht nur ins Leben der Hannah Arendt. Sie gibt einen Überblick über das gesamte letzte Jahrhundert und führt zu Fragen, die auch heute noch wichtig sind.